Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Die GOP-Festtagszeitung finden Sie in diesen Tagen in Ihrem Briefkasten. Auch diesmal gibt Ihnen GOP-Tipps und Anregungen und Rezeptvorschläge, damit Sie Ihre Vorbereitungen frühzeitig treffen können. Besonders beliebt, gerade jetzt über die Festtage, sind die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten von GOP. Zum Beispiel die Quick-Schäufe. Sie sind schon fix fertig im eigenen Saft gekocht und darum zu Hause auch schnell angerichtet. Nach 5,25 Stunden im heissen Wasser kann man es dann aus der Frischhaltepackung rausnehmen und in schöne, saftige Tranchen schneiden. Das geht ganz problemlos, weil das Quick-Schäufe ohne Bein ist. Ausser den Schäufe gibt es bei GOP auch noch Rollschinken, Nüsse, Hals und Rindszungen. Alles natürlich in der gewohnten GOP-Qualität und vorteilhaft im Preis. Im reichhaltigen Festtagsangebot von GOP finden Sie jetzt auch wieder die exotischen Köstlichkeiten aus den sonnenverwönten Ländern. Eine Frucht, die sich speziell gut eignet für attraktive Vorspeise, ist die Avocado, die man mit lustigen Sachen füllen und dekorieren kann, wie zum Beispiel mit Grovetten. Sehr beliebt sind auch die Kiwi mit dem schön zeichneten Fruchtfleisch. Man kann sie einfach auslöffeln oder dann als Dessert servieren, zum Beispiel mit Zitronen und Erdbeer-Sorbet. Natürlich fehlen auch nicht die frischen Ananas aus Afrika. Die Ananas kann man auch sehr festlich servieren. Man schneidet sie mitsamt der Blattkrone der Länge nahe abeinander, höhlt sie aus, schneidet das Fruchtfleisch in Stückchen und füllt sie dann zusammen mit weiteren Früchten wieder in die Schale. Das gibt dann einen ganzen originellen Fruchtsalat. Und der süße Höhepunkt von so einem Festessen kann natürlich eine solche Eis-Torte sein. Goop empfiehlt ihnen aus dem grossen Angebot von Goldstar die Schwarzwälder-Torte, den Vanille-Erdbeer-Waschern oder die Nougat-Torte. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Goop-Festdagszeitung. Hier drin hat es nämlich auch einen Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es Goop-Warengutschein im Wert von 1000 Franken, 100 Franken und 10 Franken. Lesen Sie also die Zeitung gut durch, dann werden Sie die Lösung auch finden. Es ist etwas, was Goop ganz besonders gerne macht. So, und jetzt schalten wir noch um mit der Studioküche zum Goop-Rezept von dieser Woche. Crepe Exotique, unser Vorschlag für ein besonders festliches Dessert. Man kann in dieser Schüssel Mehl, Salz, Zucker, ein Ei und Milch zu einem glatten Teig gerüchten und den eine Stunde stehen lassen. In der Pfanne Ankerlöffer gehen und pro Crepe einen gehälten Teig reingeben. Wir kehren die Crepe mit Hilfe eines Spachtels und stellen sie dann warm. Für die Füllung geben wir im Anker Kiwi und Ananas dämpfen. Und gerne ein bisschen Puderzucker drauf. Zum Anrichten geben wir einen Teil der Früchte auf die Crepe, legen sie um und garnieren mit der anderen Hälfte der Früchte. Zum Servieren geben wir eine Kugel Vanillelglasse auf den Teller. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Coop-Zeitung. Auf Wiedersehen miteinander und noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Das sind alles Sachen, die Sie für den Festtag besonders gut brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.